Wir widmen uns dem Thema Gender Balance mit einem umfassenden strategischen Gesamtkonzept und stellen den nachhaltigen Mehrwert für die österreichische Post in den Mittelpunkt. Dabei haben wir alle Arbeitswelten der österreichischen Post analysiert und uns konkrete Ziele vorgenommen. Wichtig ist die Beschäftigungsstruktur, die Personalkennzahlen und das Arbeitsumfeld der einzelnen Bereiche festzulegen und zu verstehen. Jeder Bereich trägt in unterschiedlichem Ausmaß zur Erreichung des Gesamtziels der österreichischen Post bei. Diese Zielvereinbarungen werden uns in den nächsten Jahren sukzessive zu einem ausgewogenen Geschlechteranteil in der Post führen und das auf allen Ebenen. Uns ist bewusst, dass dieser Prozess Raum und Zeit benötigt und um hier in der Flugsprache zu bleiben, wir haben keine Kurzstrecke vor uns, sondern eine Weltumrundung zu meistern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017